Wenn wir im Leben etwas ändern wollen, kommen wir häufig zum Thema positives Denken. Dann gehen wir los in einen Buchladen, holen uns vielleicht ein Affirmationsbüchlein und im Laufe der Zeit haben wir zig gelbe Zettelchen an unserem Badezimmerspiegel hängen. Und darauf kann man vielleicht lesen, ich bin wertvoll, ich sehe gut aus, ich lebe in der Fülle, ich werde meinen Traumpartner finden oder ähnliches. Doch was uns dabei entgeht, ist, dass wieder das Ego am Werk ist, was uns nun durch scheinbar positive Gedanken unter Kontrolle halten will. Doch die wichtige Frage hier ist, können wir überhaupt unsere Gedanken steuern oder nicht? Was ist da los? Und dafür werde ich dir jetzt eine kleine Aufgabe geben, die geht blitzschnell zu erledigen und dann kannst du sehen, welche Macht du über deine Gedanken hast, also ob du positiv denken kannst oder nicht. Und die Aufgabe lautet, stelle jetzt sofort alle deine Gedanken für 30 Sekunden komplett ab. Viel Freude dabei!